Ich kann hier rumlaufen. Und springen. Muss ich sehr vorsichtig sein. Hier. Ich glaub irgendwie hier akzeptiert man das. Ah. Das ist die erste Mal für alles. Äh. Was war Race? Äh. Nice. Geschafft. Sehr schön. Ich hab mir eine Frisur heute gemacht. Wie liegt die denn hier rum? Oh whatever. So. Komm ich hier irgendwie rein? Ach das ruckelt ganz schön. Ich muss nur kurz glaub ich das hier weg machen. Ah. Besser. Okay. Press Space to jump. Hm. Okay. So. Es gibt noch ein schnelleres Rennen. Ah. Okay. Ah. Moment mehr. Kann ich hochfahren? Wenn ich da reinkomme. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Bin hier nur fast rausgefallen. Helikopter? Ich hab hier kein Helikopter. Weichheit. Und man kriegt sogar eine Hilfe. Aua. Boah. Boah. Mein nächstes Ziel wäre. Boah. Ich wollte hier rum gucken. Scheinen lustige Sachen noch zu sein. Da ist ein Fisch. Und da kann man Hof fahren. Oh lol. Ja okay. Ich bin unterwegs. Nice. Ding schon. Kann ich hier damit machen. Kann ich hier fliegen oder? Ja. Da falle ich langsamer. Guck mal. Oh. Ich mach einfach Speed. Moment. Im Auto. Ah. F ist fallen. Lass mich mal. Das ist das Dive. Ne. Bleib drin. Doch drin. Oh Gott. Ich mach das. Oh Gott. Indirekt. Ich griff mit Kontrollen ein. Pfarrer. Widerste ist. Stapes und mehr. Stapes zu dem Office. 2. E. Kannst du mal richtig zupacken? Kannst du mal richtig zupacken? Hat ja gut funktioniert. Also ich vermute bald das was ich mit dem Controller spielen würde. Auch nochmal. Gehen da mal kurz raus. So. So. Hm. Hm. Kannst du das nur einmal drücken oder? Ne. Muss ich nicht. Hm. So bin ich schneller. Wie geht denn jetzt das Auto fahren? Ich bin hier. Nicht da. Ja. Ja. Ich weiß. Was ist denn hier bei. Moment mal. Ich muss das. Links. Crabbeln. Und rechts da festhalten. Glaube ich. Und das geht auf jeden Fall besser mit. Controller. Und. BAM. Eingepackt. Das soll so sein. Umsehen ist nur ein bisschen doof. Halt. Oh. Hätte ich ja richtig sanft abgelegt das Ding. Ne. Wir erst damit. Dann damit. Und jetzt fahren wir. Und hinfahren. Ähm. Hups. Du hast verloren, Leute. Ne. Ich pack das da rein. Hup. 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 Ah, ich kann auch so langsam fahren. Hup. Das erklärt's. What the fuck. Hey, der war fies. Das kann ja keine Ahnung, dass hier sowas passiert, ja? Wenn man das erstmal drüber fährt. Na toll. Inzwischen kann ich es auch einfach nehmen und rennen. Ja. Hier hat es zu bretlichen Sachen angekommen. Ich habe nichts gemacht. Ups. Oh, die Delivery fehlt. Warum die Delivery fehlt? Äh. Und warum hänge ich mit einem Amisa drin? Mama. Warum hänge ich... Äh. Ähm. Eventuell. Hat das Spiel etwas nicht bedacht. Äh. Müsste mal angefahren werden oder sowas, glaube ich. So gefühlt, weil... Ha. Tja. Tja. Oh, mein Customer als Charakter. Der ist natürlich der Dicke, aber. Und schon ein bisschen gelb vor Wut und... Zeit. Uh. Schick. Gibt es hier noch so? Oh. Oh. Ja. Das sieht gut aus. Ace. Jawoll. Oh, grün. Nice. Nehm, grün. Gibt es noch schwarze oder gelb dazu? Gelb. Nice. Und schwarze Schuhe? Sind nur schwarze? Hm. Dann hat das. Accessories. Ein Hut. Klar. Gläser. Gläser. Und schwarze Schäuhe. Body Accessories. Ja, mein Kuddel. Safe. Gläser. Ähm. The fuck? Es kann noch mal respawn. Da ist noch was zum Ausliefern. Weil es ist einfach ein Nuclear Power. Was? Safety first. Muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Kriege ich nicht hoch, oder? Doch. So. So. Jetzt da rein. Ach, come on. Hm. Muss gehen. Natürlich geht's nicht. Ach, fuck. Geh schon da rein, du scheiß Ding. Äh. So, jetzt liegst du aber drin, hoffentlich, oder? Ganz zärtlich anfahren. Du musst da hoch. Wieder hoch. Okay, wir fahren immer ganz entspannt nach oben. Kurz stehen bleiben. Wenn wir mal so schnell waren. Wichtig. Wenn man hier honkt. Dann, glaub ich, immer schneller generell. Äh, das muss um. Wir wollen nachher abgeben. Also, kann ich jetzt die Sip-Line benutzen? Schu-Cosmetic. Was spielst du da? Das, was drunten drin steht. Die kostenlose Beta von Totally Accurate Delivery Service. Kann ich solche Sachen machen. Und ich kann meinen Charakter, die hier customizen. Deswegen sieht sie komisch aus. Und ich hab immer den Auftrag. Oder so das ganze Spiel. Du hast eigentlich ne Open World mehr oder weniger. So ein bisschen wie Human Fall Flat. Nur, dass ich hier so Aufträge hab. Hier, New Delivery. Und wenn ich dann hier so dran packe, so zack und so mache, dann muss ich das irgendwo hinbringen. Und ich vermute mal, ich muss jetzt mich daran festhalten. Äh, und daran und los geht's. Huiiii. So ein bisschen Post-Simulator. Ja, mit Humor. Bin da. Ähm. Hop, 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 hop. Es ist nicht ganz bugfrei. Nice. Und tatsächlich gibt's dazu auch ne Vollversion, wo man das über Internet zusammenspielen kann. Moment mal, das tut ja ein Riesending. Ich bin mir nur rumfahren. Aua. Aua. Rum, rum. Ich darf nicht bin nur rumfahren. Ich darf mit dem nicht fahren. Das ist ja gemein. Wie geht's dir, Lumi? Was machst du so früh schon zu Hause und auf Twitch? Tatsächlich wollte ich eigentlich mit Felix zusammen was spielen. Äh. Nämlich Borderlands. The Pre-Sequel. Und der hat gesagt, der ist noch nicht da. Oh, wir können was machen. Sehr gut. Ich hab ne gute Idee. Brauch mal dich. Ja. Komm her. Kommst du her? Danke. Oh, komm. Oh, komm schon. Der ist, glaub ich, auch sehr liebenswert. Jetzt, fass doch den Scheiß. Jetzt. Danke. Brauch den mal. Es regnet gleich. So. Hier drauf. Nein, nicht den Regenschirm anfassen. Nicht den Regenschirm. Super, also bitte die blöde Steuerung anfassen. Jawohl. Lass die Kopf nicht frei für Uni. So, und jetzt können wir nämlich Henry Poppins sein. Warte mal, wir können jetzt vielleicht mit beiden anfassen. Huiiii. Ja, ich hab das nur dafür gemacht. Moment mal, keine Wunder. Wir haben das System umgestellt. Was haben wir mit dem System umgestellt? Hat. Äh. Huiiii. Wofür ich hier hin? Au. Ins Wasser. Ja, du, wie ist das mit den schwierigen, schwierigen Entscheidungen? Und in schwierigen Stellen im Leben. Huiiii. Ich kann voll schnell laufen. Manchmal will es einfach nicht so, wie man will. Oh. Achso, ja. Das hab ich wieder vergessen. Dass das Ding existiert. Ich nenne nicht mehr alle Schüler und will zukünftig auch nur noch Schüler zahlen, die eine 4 haben. Sprich, du nimmst die, die durchfallen würden und bringst die auf eine 4 und dann hören die auf und damit wirst du machst du dich selber arbeitslos. Das klingt nach einem super Plan. Hier steht ein Tisch. Was hab ich denn hier abgeliefert? Was ist denn das da? New delivery. Steht dran. Das Boot braucht Fishing Supplies. Na dann. Sehr schön. Schön, zärtlich. Loslassen. Die Kamera macht mich ein bisschen fertig. Oh Gott. Wie kann ich denn springen? Wie hoch? Ich will das bloß hier runternehmen. Oh, oh, nicht wieder einen. Dankeschön. Einige von einer 4 auf eine 2 bekommen. Keine Ahnung. Ja, die bezahlen jetzt halt nicht mehr für die Schüler, die ich auf eine 3 und besser gebracht habe. Das ist ziemlich dämlich, weil eine 4 ist ja nur weil eine 4 bestanden ist. Das heißt ja nicht, dass das gut ist. Ich kann Boot fahren. Ich meine, ich muss mit Sicherheit auch irgendwas ausengänzen. Oh, jetzt muss ich mir mit beiden gleichzeitig steuern. Und hüpfen. Jetzt habe ich mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Links kann nur noch vorn... Achso, links ist Gas, oder? Kann das sein? Nee, links ist nicht Gas. Hä? Ich möchte mit dem linken Stick... Mit dem hier steuere ich alles, ne? So, drehen. Vorwärts, rückwärts. Mach ich damit? Einfach bisschen Jogging, oder was? Ein Hai! Du, 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 du. Hallo, Hai! Oh! Ähm, hallo, Hai! Kann ich schwimmen, glaube ich, ne? Ja. Äh, ich kann nicht schwimmen. Ich glaube, ich habe ihn jetzt zum Hai gefressen. Wo bin ich jetzt? Oh, hier ist ein Mensch. Weißt du, was auch super ist, Lumi? Wenn ich das Ding hier anpacke. Weeeeee! Kann doch fliegen! Das explodiert sogar. Krass. Das kommt doch wieder. Hä! Das ist mir super schwer zu steuern. Ähm, kann ich mit dir reden? I'm not really sure how to start a fire. Tu mal nicht mit einem Feuerlöscher, mein Lieber. Das kann ich dir verraten. Oh, da drüben ist ein Helikopter. Ja, ja, wie immer, Lumi. Oh, und hier ist noch ein Delivery. Oh. Oh, wann habe ich ein Delivery? Ja, ein Delivery ist disponibel. Oh. Oh. Don't look down. Das kann ja nur schief gehen. Nein, nein, nein! Jetzt mach doch! Mach doch da rein! Oh nö! Jetzt fällt das wieder raus! Was ist denn das für ein Scheiß? Kommst du her! Was ist denn los, Lumi? Was ist denn Hachbären? Du hast Hunger? Dann hol dir was zu essen. Ich hab mir heute auch frisches Brot geholt. Und gestern war ich beim Fleischer und hab mir schöne Salami geholt. Aber du isst ja kein Fleisch, wenn das nicht. Ich probier das jetzt einfach so, ob das so geht. Wo ist ich überhaupt hin? Darüber. Nein! Tschüss! Wow! Wie jetzt auch so langsam und traurig zurückläuft. Das ist... Oh! Ich hab kein Geld, nur Sachen, auf die ich keine Lust hab. Tja. Dann kommt irgendwann mit der Hunger wahrscheinlich so heftig sein, dass du dir überlegst, vielleicht doch das zu nehmen. Was du halt da hast. So, zu Nummer zwei. Hochheben. Hebe doch mal ordentlich hoch. Was bist denn du für ein Schwächling? Hebe doch den Scheiß ordentlich hoch. Wie? Echt, das? Das sieht gut aus. Hoch! Und das hält. Erstmal. Nur nicht verkacken, hier rüberzufahren. Ganz langsam und entspannt. Uh. Das hat gescheppert. Nee. Möchte hier gerne. Oh Gott, das ist schwer. Da rein. Uh. Da war fast mein Arme drin. Uh. Du unlogst die Mühle. Es ist nicht notwendig, die wir in der HQ benutzen. Ah, okay. Ich kriege also neue Sachen freigeschaltet. Und einen Hut habe ich auch bekommen. Was habe ich denn für einen Hut bekommen? Äh. Clothing? Nein. Accessories. Heads. Ich habe schon jede Menge Heads bekommen. Der ist new. Cool. Ich bin ein Simon. So. Wie der läuft. Der ist so süß. Ah, jetzt habe ich das neue Auto. Okay. Ich würde hier mal versuchen, wie sich der Helikopter steuert. Einfach nur, weil ich wissen will, wie es geht. Helikopter gefahren bin ich noch nicht. Hopps. Ich kann nicht sprinten. Und hoch übrigens. Ähm. Achso. Wenn ich mich zu der einhaue, gehe ich K.O. Danke fürs Runterlaufen dabei. Sicherheitsrat mal einfach hier reinstellen. Okay. Dem kann ich mich seitlich drehen. Und nach vorne lehnen. Oh. Oh. Okay. 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 Ich verstehe das. Das muss so. Das ist ein Kunststück. Ich mache den Superman auf dem Helikopter. Achso. Drehen tue ich mich mit dem auch noch. Okay. Warum sind hier Rampen? Warum ist hier ein Flugplatz? Warum irritiert mich das? Ich arbeite im Dauertal, aber ich möchte in Cheeks Crest retieren. Kann ich mich mitnehmen? No. Ha. No touching. Sehr gut. Okay. Das Flugzeug. Ist auch safe. Irgendwo was zum Ausliefern. Da. Ausliefern. Greif doch. Greif doch. Lange den Fisch durch den Skogen. Ähm. Okay. Lieber to the restaurant. Liegeblieben. Nein. Fisch. Äh. Bonk. Das war dann die Modes alle kleinen Schritte am Anfang. Äh. Warum sexuell? Achso. No touching. Jetzt. Kannst du mal bitte den hochheben? Zupacken. Zupacken. Mit beiden Händen. Nicht im Kreis. Come on. Zupacken. Mit beiden Händen. Hochheben. Ja. Es wird ja wieder runter, Mann. So. Ist doch funny Musik dabei. Ich mag die Musik. Die da zugehört. Oder hörst du die nicht. Das wäre ja komisch. Ist drauf. Da geht's nicht. Ist nicht so funny wie sie sein könnte. Was meinst du denn mit funny Musik? Da bin ich jetzt gespannt. Oh. Oh. Stimmt aber halt das. Ich kann sich jedes Mal. Ich kann sich einfach so abliefern. Oh Gott. Das ist aber weit weg. Ähm. Kannst du die Kamera vielleicht ein bisschen mehr nach rechts? Danke. Kann ich nicht wie die da heißen. Ja. Ich hier auch nicht. Hui. Ich kann fliegen. Das wäre doch super, oder? Der fällt auch runter, ne? Was machst du mit deinem Kopf? Was machst du? Kamera. Da rein. Wäre doch super. Fisch. Jetzt nehme dich und pack dich hier rein. Lass mich dann da liegen. Und dann... Äh. Aua. Kurz eingehauen. Ah, come on. Die Kamera ist halt schrecklich, ne? Ja, warum auch immer ich die Arme jetzt anheben sollte. Sehe ich mir so irgendwas? Jetzt die Arme zu heben. Frischlieferung. Ist keine Suche-Qualität mehr, aber ist immer noch relativ frisch. Äh. Er hat noch kaum Sonne gesehen. Und bestimmt auch keinen Boden. Kapper. Ich bin falsch gefahren. Die Markierung war aber auch gemein. Nämlich nicht die Zielmarkierung. Sondern das war die Markierung für die nächste Lieferung. Ah. Wenden in drei Zügen. Mit Benni. Nicht so erfolgreich. Gerade mit LKW. Äh. Er hat aber auch Wendekreise. Wie ein LKW. Können wir dann fast meinen. Man kommt nicht vom Fleck, das scheiß Ding. Äh. Oh Gott. Das ist so. Das muss so. Das muss so. Das war für die Fans. Also das war so komplett geplant. Das muss so passieren. Nicht anders. Moment mal. Wo ist denn das? Und das Restaurant ist auch noch oben irgendwo? Oh. Nö. Jetzt weiß ich, warum ich das Ding da gekriegt habe. Ha. Da wäre tatsächlich ein Helikopter ganz gut gewesen. Ähm. Ich resette mal, ne? Das Problem ist natürlich, das Ding da drauf zu kriegen. Hui. Oh Gott. Wie kann ich jetzt springen? Kann ich hier einfach so, so, so machen und. Ah. Machen wir das mal anders. Oh Gott. Doch, nicht oben drüber. Ach, come on. Wir lassen jetzt ihn fallen. Ja. Nein. Bleibt nicht liegen. Oh Gott. Wie? Ich kann ja ewig weit hoch springen. Der rutscht halt immer runter aus dem Scheiß Ding. Mache ich sinnvolle Umfragen in Discord? Ah ja. Das ist Stroopall. Google einfach Stroopall. Hat nichts mit Discord zu tun. Ist einfach generell ein ganz nettes Unfragetool. Ist allerdings nicht sicher. Wenn da jemand sich 200 Mal Accounts macht oder neue IPs gibt, kann der da auch mehrfach abstimmen. So, es bleibt liegen, Fisch. Ach, es ist doch... Ey, Moment mal. Ist das schon an? Ne, ist einfach nur super rutschig, das Ding. Das ist ja gemein. Wieso ist Stroopall doof? Die meisten Leute strümen ja trotzdem nur einmal ab. Ich mag die Delivery nicht. Ich bin zu doof dafür. Der ist doof. So. Back damit. Dann fliegen wir lieber noch ein bisschen. Mit Smilies kannst du aber theoretisch auch mehrfach abstimmen. Zumindest für mehrere unterschiedliche Sachen kann ich mit Smilies abstimmen. Also ist ja dann das gleiche in grün. So, das ist auf jeden Fall Gas. Das ist abhebend. Nice. Wuuuuh. Juppi. Ähm. Das war natürlich erst so geplant. Und nicht irgendwie aus Versehen. Ich muss es einfach nur mit links steuern. Ähm. Gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Eigentlich. Irgendwie die ganze Steuerung von dem Spiel ist komisch. Komisch im Sinne von nicht so einfach. Booster City. Höh. Gibt's hier Rennwagen? Wuuu. Da gibt's Rennwagen. Die ist, äh, bei dem es denn drauf ist, bin ich jetzt schon froh drüber. Wuuu. Wuuuut? Wer hat sich das denn ausgedacht? Warum springt das anstatt einfach vorwärts zu boosten? Das ist Rocket League vorhörme. und entschlägt. Das ist wirklich genau wie Rocket League. Aua! Das ist halt wirklich Physik wie Rocket League. Tatsächlich. Dass die Kamera sich so schrecklich langsam... Oh, Moment mal, ich weiß warum. Ich bin vielleicht ein bisschen doof. Ja! Oh mein Gott. Ja, das sieht doch so nach aus. Ja, ich isse mir schon... Moment, was ist das hier? Schluss. Ähm. Es gibt sogar einen Ball. Äh, äh. Hast du mal eingestiegen... Hast du mal eingestiegen bekommen? Boom. Oh. Zu viel A drücken ist schlecht. Äh. Ich krieg den. Meine. Jawohl. Ich krieg den rein. Jawohl. Boom. Okay. Er wird zurückgesetzt. Ah, okay. Alles klar. Ich hoffe, ich kann jetzt noch raus. Ich will einfach nehmen. Lol. Ja, aber anfassen kann ich ihn nicht. Aber ich kann da hinlaufen. Kann doch einfach so machen. Huch. Huch. Wenn man den treffen würde. Aber man kann nicht mehr wegstehen. Ich dripple ihn ins Tor. Boah. Äh. Hmm. Da oben ist ein Delivery. Ich jetzt gerade. Dü, 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 dü. Da komme ich glaube ich nur mit dem Auto hoch, ne? Mal kurz ein Auto, Leute. Äh, dürft ihr gerne weiterspielen? Falls irgendjemand spielen möchte, ich brauche mir kurz das Auto leiden. Verdammt. Boah, fast. Boom. Der fliegt auf jeden Fall deutlich besser, wenn man ein Auto nimmt. Ich komme nicht hoch genug. Ich trottel. Aua. Wuh? Ja. Für die Fans. Einfach so hochfahren? Hochfahren einfach geht nicht. Ich habe das vorhin gemacht. Ich bin doch vorhin so easy hochgeflogen. Verdammt. Ich bin heute ganz schnell viel am Verdämen. Hm. Ich glaube, wenn ich den Boden berühre, fühlt es sich wieder auf. Hier bei dem. Hm. Ah, easy. Lieferung. Lieferung. Ich komme. Lieferung. Äh. Souvenir Surprise. Das hört sich nicht so gesund an, was da drin ist. Äh. Nein. Entspann dich. Mein Kleiner. Ich habe auch keine Lust darauf, dass du da drin bist. Aber ich muss dich jetzt mal kurz da drin lassen. Oh Gott. Das ist ja anscheinend übelst schwer. Äh. Festhalten. Festhalten. Auf geht's. Fast gefangen. Ah, damn it. Hat er nur fast. Komm schon, Mieze-Tatze. Brüllkatze. Jetzt geht doch... Ach, der ist nicht so schwer. Brüllkatze. Äh. Hallo, Felix. Du hast eine Katze bei dir? Ich habe gerade eine Brüllkatze am Haken. Brüllkatze? Keine Ahnung. Brüllt und stinkt nach Fauchen wie Katze. Was spielst du? Äh. Totally accurate delivery service, während du nicht da bist. Oh. Au. Was ist das für ein... Was ist das für ein Sonntagsfahrer? Der ist auf meine Seite gefahren. Was denn das? Fuck. Ich quere hier gar kein Tier. Ich muss hier Sachen ausliefern. Und jetzt habe ich halt gerade ein Tier in der Box, was ich ausliefern muss. Das gucke ich mir jetzt an. Äh. Wo war denn nochmal der Ziel? Äh. Fuck. What the fuck, alter. Äh. Ich mach dich doch nicht so schwer. What the hell? Ähm. So. Liegen bleiben. Ich mach den Delivery noch, dann können wir Boulder ins Spiel. Geh das jetzt hin. Schön langsam. Hey. Liegen geblieben. Hab ich gesagt. Springt die hier rum, die blöde Katze. Oh, ich muss ja gar nicht so weit. Hab ich überhaupt aufgeladen? Ähm. Ja. Sehr gut. Komm schon, miezige Katze. Dein neuer Besitzer wartet auf dich. Der will dich ganz doll knuddern und liebhaben. Und... Äh. Geh doch. Puh. Fertig. Fertig.